Wir hätten es sonst denn gern. So? Oder so? Vielleicht so? Oder etwa so? Am besten alles miteinander. Natürlich so. Konsequent für unsere Heimat Bayern. CSU. Die CSU ist die Bayerische Volkspartei. Das zeigt sich an der Politik der CSU in Bayern und für Bayern. Sie möchten ein Beispiel? Bitte sehr. Für den Schutz der Umwelt wurden in Bayern in den letzten vier Jahren rund 6 Milliarden Mark investiert. Oder das Beispiel Kultur. Jede dritte Mark wird im Freistaat für Kulturpolitik ausgegeben. Genug der Zahlen. Der Garant für die Politik der CSU ist Max Streibl. Christ. Bayer. Politiker. Staatsmann. Heimat verbunden, gradlinig, fähig. Mit Max Streibl an der Spitze bleibt Bayern stark und unsere Heimat menschlich und modern. Die CSU ist ein Garant für Freiheit, Wohlstand und soziale Gerechtigkeit. Und die CSU ist Schutz gegen Sozialismus, Gängelei und Bevormundung. Unsere bayerischen Landsleute haben das alles geschafft mit uns zusammen. Sie haben die Zukunft selbst in der Hand. Ihnen allen rufe ich zu. Helfen Sie mit, dass Bayern stark bleibt. So stark, so wie es heute ist. Deshalb am 14. Oktober Bayerischwell. CSU Wohlstand. Anfänger. Ich bin mit, strömisch, bummös. Vielen Dank.